Raven Landing ist ein guter Sammelpunkt eine erhöhte Basis Ok Raven Landing wir kommen noch mal vorher Munition nachfüllen beim Tech Plant Du kannst auch auf Raven Landing Munition füllen Du kannst heute nur nicht spawnen, du kannst aber Munition füllen Du hast schon gut gemacht Oh, da ist ne Liberator in dem hoch mein Reaver grad platt Wo bist du denn? Ich bin doch bei Talma Storage Yard, ich hab da grad nen Punkt gecapt Da vorne ist ein Mosi Da ist grad ne Terraner-Lib aufgetaucht Was? Das war ja vielleicht schlecht das Triming, da fliegen wir wieder zurück Markiert die bitte Ja bitte, den Mosi markieren Hab ich schon Ich auch Ich weiß nicht, muss nachladen im falschen Wind Oh, noch nen Mosi, hinter uns Wo warst du? Bei Deep Crow, oder? Ne, bei Talma Ich hab ihn schon ein bisschen gesehen Brennt Ja, sauber Ja, ich kann ihn Der Pilot ist abgesprungen Ich bin trotzdem gleich Zwei Mosis bei der Liberator 5 Da war ein Kampfgang 9 Also Alpha 5 Markiert hier auf die Atarde Jungs Drückt da Kuh, das ist so wichtig Vor allem im Luftkampf, weil du siehst das ist absolut gar nichts Ja So Vorsicht beim Feuern Lemmy siehst du ihn? Ja, ich komm noch nicht ganz ran Ja Lemmy, da haben wir das beste Beispiel Der Liberator mit Shredder Ich komm noch nicht ran Die auf Flugzeuge schießt Ich muss ein bisschen gucken wie ich fliege Vor uns, vor uns, vor uns Vorsicht beim Feuern Ja, ja, ich hab schon eingestellt Ich komm nicht ran Oh, das Magazin ist so klein Könnt ich mal ein bisschen Hilfe bei der scheiß Lipp hier willkommen? Die Mosis zieht sich zurück Ich seh sie, ich seh sie, die qualmt schon Lemmy, vor uns Ich markier sie noch kurz Das ist das perfekte Beispiel mit der Shredder Dreh ab Starkiller, dreh ab Wir übernehmen das Tomcats, juhu Lemmy? Das sieht so komisch aus Das sieht so aus Als ob du die ganze Zeit da schon drauf hältst Nein, eben noch nicht Ich hab sie noch nicht erlebt Er ist schon weg Er ist schon weg Wo wir gerade dabei sind Guck mal, vor uns auf der Straße Fährt ein Harris da Unter uns ist ne Mosi Spreiz Unter uns Markier mal bitte Wo denn? Direkt unter uns Da Boah, der hält so viel aus der Drecksding Das ist ein Harris da halt, ne Markier bitte nochmal Ausgestiegen Lemmy immer markieren, ich seh ihn nicht mehr Wo seid ihr? Ey, das ist krass Wie viel das Ding aushält Ich glaub das ist neuer Panzer Ohne Scheiß Das ist halt Komposit Ich muss jetzt aber Muni nachfüllen Hinter uns, da wo der Moskito war Steht einer wohl rum Das Das war das erste Mal Das eine Rakete der Strikeer uns nicht erwischt hat Von vier Vorsicht Starkel, ich flieg hinter dir an Wir dürfen nicht so weit von der Herde weg, falls Warte ich rutsch rüber Ja, rutsch mal ein bisschen, das wär sehr nett Ähm, Liberator im Nordwesten Nordwesten von wo? Äh, von äh, Moral Hobbits aus Fünf Das sieht man leider nicht auf der Karte Wenn ihr zusammen bleibt, ist das kein Problem Die Die fliegt auf uns zu Ah, seh ihn Guck einfach immer auf der linken Seite, da steht der Name des Gebietes, in dem du dich befindest Logging Company Hoch, sehr hoch So, ja Komm noch nicht ran Noted Video mit Schredder Auch ne Schredder dran, oder? Ja Sieht in letzter Zeit, ne? Ah, ich schaff's nicht Jetzt kommen wir Oh, jetzt zieht sie sich zurück Nein, nein, die zieht sie nicht zurück, die zeigt welche gefährliche Seite die Jungs Ja, zieht sich nix mehr zurück Ja, zieht sich nix mehr zurück Das war aber die gefährliche Seite, die sie euch gezeigt hat Ja, mit der Dalton wär ich drauf gegangen, wenn er mich getroffen hätte Eben Aber ich glaube, es ist wirklich besser, die Dalton zu nehmen für den Luftkampf Mit der Schredder machst du gar nicht so viel Schaden Hm Ja, die Schredder ist, äh, die Schredder ist, äh, konstanter Schaden Ja, aber ich, ich muss jetzt fast ehrlich sagen Eigentlich der beste Kompromiss, was Schaden, Feuerrate, Treffer, etc. angeht Für Luftkampf ist die Safer Aber die hat so ne blöde Flugbahn wiederum, find ich Find ich gar nicht Ja Also, ähm, sollen wir jetzt mal beim Wegpunkt vorbeigucken, oder bleiben wir jetzt noch hier? Ja, solange da Ziele waren, war das schon... Wir sollten mehr versuchen, zusammen zu bleiben Weil die Verteilung sauf uns Boah, war das knapp Ja, Stakir, du hast das Kommando, du musstest dir regieren Ja, sammelt euch mal, wie vorhin schon bei Raven Landing Macht den Wegpunkt am besten drauf Weißt doch eh, da wo das ist? Eben nicht, ganz sicher nicht Irgendwas schießt hier Das ist Flag an Raven Landing Auraxis, oder? Ähm, hinter uns ist ne Liberator Ja, das ist nicht Raven Landing Ja, ne Liberator Ja, hoch, hoch, Lemmy hoch Dreh rein Aufpassen, hinter uns ist ne Liberator Die laggt ganz schön Ja, ich kann sie nicht spotten, das ist total komisch, was spotten ist Ja gut, klar, wenn ich nicht draufziehen kann, kann ich nicht spotten Die ist jetzt gespottet Ja, für mich ist sie leider nicht gespottet, weil ich zu weit weg bin Aufpassen, die ist hinter uns her Ja, mir fehlt der Schub Ja, die hängt hinter der 5 her Flieg deine Manöver, flieg Ausweichmanöver und lass uns die Arbeit machen Boah, lag die Die laggt massiv, ne? Alter, Mann WTF Was hat das denn jetzt? Das war Hardcore lags Liberator down Ja Ich bin fast weg hier Ähm, das einer mit einer Strike in der Nähe des Muniziers Ja, wir sollten jetzt hier nicht bleiben, das ist Quatsch hier zu bleiben Nein Der ist auf dem, äh, der ist auf dem Turals Der steht auf dem Flak-Turm direkt unter uns, Lemmy Oh, das war's Ah, bin gestorben Nee, auf dem anderen, auf dem anderen, auf dem anderen Auf dem anderen Aber da war noch einer Hab ihn Genau, der Bin gestorben, mein Reaver is down Der müsste tot sein, der ist grad umgefallen Was war bei der Bin? Den bitte, der ist 3-Kammer erwischt Da steht einer am Spawn Auf dem Spawn-Bock Lemmy, ich, äh, soll ich die jetzt? Auf dem Dach vom Spawn, Lemmy Dann komm's weg, offline geh dann Ja gut, dann gib mir Ja gut, dann gib mir Aber ich hab jetzt Bei Liberator und Ein Harasser Killed Das war ganz cool Ich hab's langsam echt das Gefühl, die VAR-Tech macht nur Headshots Der neue Wegpunkt Oh scheiße, wir brauchen Munition, abbrechen Ich muss mal Geh nochmal zurück Richtung Tech-Plan Wer Munition braucht, kann alternativ auch Hier, äh, wie heißt das? Firearms Firearms, genau Da flieg ich nämlich jetzt hin Wo sind die ganzen Reaver hin? Oh, Firearms ist hier Ein Reaver ist reparieren gegangen Beim Tech-Plant Apropos reparieren Ah, du hast keinen Arbor-Repair-Demla Nee Ich flieg komposit mit, äh Ja Das ist gut Mit Flares Ja, aber gut zu wissen Ja Dann kann ich ja auch schnell mit rausspringen Einer sollte draußen bleiben, gibt mehr Punkte Hm Und du solltest voll sein, oder? Ja, ich bin voll Ja, ja Ich bin voll Wobei, 200 Schuss? Kann ja gar nicht voll sein 1200 Ah Das hab ich angezeigt Also, dass das Bis heute noch nicht durchgedrungen ist, dass die dritte Dass die vierte Stellen nicht angezeigt wird Ja, ich hab wieder nicht nachgedacht Ja, das sind aber Dinge, die muss man bei der Schredder wissen Da denkt man auch nicht dran immer Ja Okay Jetzt gucken wir mal Wo ist hier was? Wo ist hier was? Sungry Amp ist eine Menge Mal gucken, ob wir hier was bei uns in der Nähe haben Wen haben wir denn hier noch bei Toroma Storage Yard? Alpha 4, wer ist denn das? Ja, mich Und, Paul Ist da viel? Äh, nee, wir nehmen den Punkt gerade ein Also, ich bin hier mit zwei Randoms und einem Panzer Das geht Ich komm dann irgendwie, wo auch immer hin Hier ist mir leider das Terminal zerstört Okay, gehen wir zur Sungry Amp Station Da ist richtig was los Da sind Platoons Dann kriegen wir uns Okay, wir sammeln uns jetzt mal ein bisschen Und fliegen da möglichst geschlossen hin Richtig Wir sind ja schon gesammelt Äh, Lemmy? Ja Waren das jetzt eigentlich mit den Leuten so von wegen online kommen Wann werden die rausgeschmissen? Ja, scheißegal, aber so, weiß ich nicht, nach drei Monaten oder so Aber egal, die stören noch nicht, wenn sie nicht online sind, stört noch keiner Ja Ich bin viel wichtiger, Leute, die online sind und die nervig sind Das ist viel schlimmer als Leute, die nicht online sind Mhm, mhm Ich glaub wir können los Ich find euch grad eine gute Karte Okay Die 12 musst du suchen Die 12 musst du suchen Die 12 musst du suchen Ne, ich bin zu hoch Eine Frage Welche SMG ist die beste für den Fee? Die PDW? PDW ist gut auf mittlere Distanz und nicht so gut im Close Quarter Die anderen sind im Close Quarter besser Weißt du Lange Distanz kannst du also alle vergessen So, ich seh die SunGrayM Station schon Mhm Zwei Kilometer Ja Bleibt zusammen auf jeden Fall, wirklich Ich hab glaub ich vier, vier oder fünf Kilometer Rinder Distanz eingestellt bei mir Guckt, dass ihr da nicht in einer... Haha, das war knapp Ja, macht so'n Scheiß nicht, haltet Abstand Ja Gibt keinen Grund, so eng zu fliegen Sau blöd, wenn da was passieren Das sind mir ein leichteres Feuer für die Flak Vor allem je enger ihr fliegt, umso leichter werdet ihr vom Flak getroffen Ja eben Da ist ein Thunder Und ein Lightning da hinten Ne, Paula Ich seh absolut nix, könnte er mir ne Richtung geben? Äh, Westen Also am Außenposten Funnels Richtung Südwesten Ja, ich seh sie, ich seh sie Ich seh sie Ich seh sie Thunder vor uns auf der Straße Siehst du? Side Wo? Thunder oder Down Side und Massiv Äh, direkt über der Basis Jop Hier ist es in Beschuss Boah, ich hab grad fehl, mein Bruch ist scheiße Da ist Flugabwehr, Achtung Ich glaub wer ist gespottet Und da ist ein gegnerischer Flieger Und da ist ein gegnerischer Flieger Lemmy unter uns Wenn der war meint Kommen die Striker Auf die Massiv her Achtung Die Mossi Da sind noch drei Mossi Da sind noch drei Mossi Sorry Gangster, wenn ich jetzt wieder rausgegeben bin Achso Das heißt, ich brauch jetzt nicht damit rechnen, dass du in irgendeiner Weise schießt, ja? Nee Da hättest du die Arsenal nochmal drei Mossis Also, die ist halt ja mitten in der Herr Möspenest dahinten Ja, aber natürlich hätte das Gär mitgemacht So ne Scheiße Ja man, du hast ne Mossi abkommen Und unterteilt Ach Ja ich komm dann in die Hab's ja Schöner Schuss Wo sammeln wir uns die Keine Ahnung Leute, ich werd immer noch beschossen Ja vom Flak Nee, das ist kein Flak, das ist irgendwas anderes Ich glaub ich hab noch nen Mossi hinter mir Das ist ein Lightning Ah nee, du hast... nee, das ist ein anderer Und ich hab ne Scythe vor mir Unter uns sind zwei Sandor Ich komm mal zu euch Nee, ein Sandor und ein Paula Oder Lightning, weiß ich's nicht Okay, das könnte das Ende sein Ich weiß, Gangster brauche jetzt auf jeden Fall wieder neuen Gunner Ja Ich bin ausgesprungen Ich komm trotzdem in Lever dazu, weil Ich bin dann schneller Ich muss nen Ausflug machen zum Reparieren Ich such mir jetzt nur still das Örtchen Ich weiß eigentlich, ob jetzt einer heute Abend ne Ops ist oder so Ha, was für ein Ops sollte denn sein? Ja, die normale von Cobalt Alliance halt Cobalt Alliance ist genau im richtigen Moment dann aus dem Spiel raus geflogen endlich Das dauert ja immer, bis du aus dem Spiel raus fliegst hinterher Also ich bin gerade beim NC Arsenal gestrandet Also ich bin der Markus Rocklein Ich bin dann so schätzt, ich bin der Kampffahrer Vielleicht kann Gangster jemand aufheben Also bis später Ja, wenn du dich am Archie Arsenal ein bisschen bedeckt hältst, dann kann ich dich da aufsammeln Also bis später Also hier sind zwei Sandor Kann ich schon mal so viel sagen Und einer von denen hat mich entdeckt Also mich kann man eigentlich aufgabeln Noch irgendwie verbündete Einheiten in der Luft? Ich bin bei T-Gaeser Ja, mich sind noch feindliche Einheiten in der Luft Und am Boden Ich bin momentan Ich bin momentan Am Headquarters Ich mach mit Leidschuss Zusammen Zusammen mit Sharday Bis ungefähr 8 Morsi sind eine Sky drunter geholt Ähm, ein Moskito hat mich entdeckt Oder auch nicht Wo bist du? Am Inkara Senna? Ja Entzieht Auf was nach fliegt ein Moskito herum Und ich glaub der entdeckt nicht gleich Dann werde ich mal für ein bisschen Ablenkung sorgen Oh, da ist eine Menge Panzer unterwegs Ja Und ich seh hier kein Moskito Ach, da ist er Hm Zwei Moskitos Und einer aus Nord-Nord Nice Down Da kommt noch ne Liberator Ja, ne Liberator und ein Mosi hinter mir Ich werde jetzt nur ein bisschen evasive fliegen Der Liberator hat nur einen hin Der Mosi ist nicht mehr dein Problem Zwei Mosis down Alles klar Boah, ich weiß nicht wer den anderen Reaver fliegt Aber bitte flieg nicht so nah ran, alter Das geht nicht Wir werden fast gecrashed wieder Und unter euch sind zwei Sandor Ja, hier ist auch noch irgendwo ein Panzer unterwegs Big Striker-Feuer ab Recht massiv Auf die Art und Weise halte ich es von euch weg Das ist schon okay Also, war auch Auf ne Evac könnte ich schon brauchen Oh, scheiße Ich bin tot Liberator down Die Gegnerische ist down Ja Ja, meine auch Ich berenne Ja Drei Strikern, ein Grounder, ein Manager Äh, ein Manager sag ich schon Ingenieur mit AV-Turret Und ein Anti-Amex Ist ein bisschen heftig Ähm, wie jetzt eigentlich die Wirkung Habisys Fire Arms Corp Wird angegriffen Ich kann grad nichts machen Sorry, Moment Ich wollte hier Bescheid sagen